In Spielmacher auf 1 haben wir Ihnen in den letzten zwölf Monaten außergewöhnliche Menschen wie Trainer, Coaches, Mediziner, Sportler, Unternehmer, Autoren und andere Persönlichkeiten vorgestellt, die in Ihrem Bereich sehr viel Positives bewegen. Sie sind daher demnach so etwas wie Vorbilder, von denen wir etwas lernen können, die also wahre Spielmacher sind. Heute darf ich Ihnen jemanden vorstellen, der zwar auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, der seine Berufung jedoch in einem ganz anderen Bereich entdeckt hat. Man kann ihn durchaus als Tüftler und Erfinder bezeichnen, der sich voll und ganz der Gesundheit des Menschen zugewandt hat. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Spielmacher auf 1. Lieber Arthur Trenkle, herzlich willkommen bei Spielmacher auf 1. Schön, dass du hier in meinem Wohnzimmerstudio Platz genommen hast. Ich hatte meinen Zuschauern versprochen, dass ich in meinen Spielmacher-Ausgaben Menschen präsentiere, die zum Glück, zum Wohlfühlen, zur Gesundheit beitragen. Inwieweit leistest du da deinen Beitrag? Sehr gute Frage. Es heißt ja nicht umsonst, gesunder Geist, gesunder Körper. Und es muss uns ja alle zum Wohle stehen. Also nicht nur die Finanzen, sondern auch in der Familie, aber auch die Gesundheit ist die Grundlage allen unseres Schaffens. Und ich habe das Glück gehabt, vor über zehn Jahren in Russland eine Technologie kennenzulernen, die mein Leben umgekrempelt hat, verändert hat. Ich habe so viele neue Impulse bekommen und ich bin total begeistert. Ich weiß durch meine eigenen Recherchen, dass du in den letzten zehn Jahren mit dieser Technologie das Leben Tausender von Menschen bereichert hast, verändert hast, gesundheitlich vor allen Dingen vorangebracht hast. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen und bevor ich dir auch den einen oder anderen Erfahrungsbericht entlocken darf, wollen wir uns doch erstmal mit der Person Arthur Trenkle befassen. Das, was du heute machst, ist das eine. Was hast du früher gemacht? Wo kommst du her? Wie war dein Werdegang? Ich bin eigentlich ein Autodidakt. Ich folge der Leidenschaft, ich folge der Neugier. Dinge, die mir Spaß machen, interessieren mich, versuche ich zu verstehen. Und Gesundheit war schon immer für mich, ob es das Thema Wasser ist, Fitness, Sport, an vorderster Stelle. Und so habe ich einfach den gesamten Werdegang beruflich natürlich immer gesundheitlich begleitet und habe dann festgestellt, dass Technologien auch hier mit durchaus positiven Einfluss auf meinen Körper haben können. Und ich komme ursprünglich aus dem Bauträgergeschäft heraus, habe dann einen dementsprechenden Vertrieb mit aufgebaut und irgendwann habe ich gemerkt, ist das überhaupt sinnstiftend, was ich tue? Oder gibt es noch Dinge, die mich noch mehr bewegen, noch mehr bereichern in meinem Leben? Und war dann viel auf Reisen. Also war in Russland, Kasachstan, Georgien, Ukraine. Und ich habe dann ein Hobby mir angeeignet, ein Hobby, was Nikola Tesla vor über 100 Jahren schon gezeigt und gemacht hat. Ich wollte so eine freie Energiemaschine mal live sehen. Und bin natürlich tausende von Kilometern quer durch den russischsprachigen Raum gereist. Warum? Speziell in Russland, weil die Russen hinter dem eisernen Vorhang frei geforscht haben. Also nicht so wie wir hier Lobbyarbeit hatten, sondern die Russen haben einfach freie Möglichkeiten genutzt, technische Möglichkeiten genutzt, haben top ausgebildet. Also gerade im naturwissenschaftlichen Bereich haben die oftmals zwei Studien parallel gemacht. Und ich habe Dinge erleben dürfen, die eigentlich so gar nicht existieren könnten. Hast du diese Maschine gefunden? Ich habe diese Maschine auch in Kasachstan gefunden. Ich habe sie gemessen. Wir haben damals ein Kilowatt aus der Erde herausgeholt. Das heißt, das Erdmagnetfeld, elektrostatische Feld. Und diese Maschine war in der Lage, hier eine Wandlung zu vollziehen, dass wir ein Kilowatt permanent zur Verfügung hatten. Ähnlich wie es Nikola Tesla vor über 100 Jahren schon erdacht und gebaut und vorgeführt hat. Jetzt wird ja über die Tesla-Technologie auch so ein bisschen strittig, kontrovers diskutiert. Viele meinen ja, dass das die Energie der Zukunft sei, freie Energie für jedermann. Im Grunde genommen kostenlos. Die Lobbyarbeit dahinter sagt aber, dass das alles Quatsch ist, dass es nicht funktioniert. Wie siehst du das? Na ja, aus Sicht der Lobby, Lobbyisten, never change a winning team. Die haben eine Cash Cow entwickelt, die verbrennen die Natur, die zerstören die Natur. Das heißt, ob du Kohle, Gas oder das Atom nimmst, das wird verbrannt. Und durch diesen Verbrennungsprozess wird Wasser erwärmt und über Turbinen das Ganze in elektrischen Strom umgewandelt. Das geht aber besser, das geht effektiver. Nikola Tesla hat das schon gezeigt. Er hat 1881 eine besondere Spule entwickelt, um Radiowellen zu senden, auch aufzunehmen. Und er hat sogar dann später ein Auto umgebaut, einen PS Arrow. Und mit diesem Wagen, der weder mit dem Verbrennungsmotor oder sonstigen angetrieben wird, mit dem Konverter war er in der Lage, dann damals mit dem Heinrich Jebens, das war der Direktor vom Deutschen Erfinderhaus, ist er an die Niagara-Fälle gefahren. Und der Heinrich Jebens, der hat sich da selbst von dem Ganzen überzeugt, war so begeistert, dass er dann praktisch ein Protokoll an das damalige braune Haus der Nazis geschrieben hat, dass er etwas gesehen hat, was einmalig ist. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Warum hat man sich diese Technologie vor allen Dingen nicht in Deutschland zunutze gemacht? Naja, weil wir feste Strukturen haben. Das heißt, sowohl im Energiebereich, das Ganze ist im Bildungssektor, oder im gesundheitlichen Bereich auch anzusiedeln. Ja, wir Menschen sind träge. Die meisten Menschen sind Gewohnheitstiere. Und nur ein ganz kleiner Teil der Personen, der Menschen sind in der Lage, als Pionier voranzugehen, holen sich natürlich dann dementsprechend die Schelte oder werden dementsprechend beschimpft. Aber auf jeden Fall, diese Lobbyisten wollen ja keine Veränderung, weil sie ja schon ein sehr gutes Finanzsystem für sich aufgebaut haben. Auch unser Geldsystem krankt an allen Ecken und Enden, ob wir die Kriege, die Kämpfe um die Ressourcen. Wir könnten ganz anders leben, wenn wir diese Dinge ändern würden, könnten alle Menschen im Wohlstand leben. Aber die Frage ist, ist das gewünscht? Ist das gewünscht? Das Spannende ist ja, du warst erfolgreich mit deiner Bauträgerfirma und hast aber gemerkt, irgendwie ist das noch nicht das, was mich erfüllt und irgendwie hast du noch eine andere Berufung. Du hast dich auf den Weg gemacht, hast diese Technologie entdeckt und dann hast du mit dieser Technologie auch etwas auf den Weg gebracht. Das ist ja das, worüber wir heute auch schwerpunktmäßig sprechen wollen. Wie war der Weg dorthin und worum handelt es sich? Ich bin damals nach Russland geflogen, nach Grasnodar, weil ich wollte mir damals einen Konverter anschauen, der freie Energie erzeugt. Und kurz bevor wir im Hotel ankamen, rief dieser Entwickler an, hat sich entschuldigt, ein Bauteilwerk kaputt gegangen. No show, wir können uns nichts ansehen. Die Enttäuschung war riesig. Und jetzt saßen wir dort fest und ein Bekannter vor Ort sagte, Mensch, hier gibt es so einen anderen Wissenschaftler, so einen anderen Verrückten. Der behauptet, der könnte mit einer Spule, die er um den Körper wickelt, und das haben die damals zur Sowjetunion-Zeit gemacht, damals haben die mit gewissen Spulen und elektromagnetischen Feldern Menschen, die Leberkrebs im Endstadium hatten, befeldet, also behandelt und so gut behandelt, dass sich die Leber wieder regenerieren konnte. Mein Geschäftspartner, der Eugen Janss, hat nur mit dem Kopf geschüttelt, sagte, wie willst du denn mit einem Radio, mit einem Toaster, wie willst du denn da auf den menschlichen Körper einwirken? Ich habe halt zu ihm gesagt, du, Dürmer, wärmer nicht, eine Information, schade dem, der sie nicht hat, komm, wir laden ihn ein. Und das war für mich eine tolle Begegnung. Wir kennen das vielleicht aus anderen Begegnungen mit Menschen. Man ist gleich auf einer gewissen Wellenlänge. Und er fing an zu erzählen, was er für das russische Militär alles entwickelt hat. Er war Spezialist für Hochfrequenz, hat im Gigahertz-Bereich damals geforscht. Und bei diesen Sonderprojekten kamen Ärzte auf sein Institut zu. Und die Aufgabe von ihm war, Naturfrequenzen, die über die große Radiostation im Feldversuch ermittelt worden sind, nachzubauen, nachzubilden in einem kleineren Format. Damals gab es die Mikroelektronik noch nicht. Diese Bauteile waren noch sehr groß und die Apparatur wog eine halbe Tonne. Und die haben quasi mit diesen Spulen dann diese Experimente gemacht. Ich erinnere mich an den Fall, da war ein Geschwür bei einer Schwangeren und es ging um Leben und Tod. Entweder das Neugeborene oder die Mutter würde sterben. Und die haben quasi mit dieser Spulentechnik so den Körper unterstützen können, dass diese Wassereinlagerung im Körper der Mutter über die Nier, über die Lymphe abtransportiert worden ist. Ohne Leidwesen für das Neugeborene. Und wenn man dann ein Verständnis bekommt, wie unser Wasserkreislauf funktioniert. Wir haben ja nicht nur Blut. Wir haben ja nicht nur Lymphflüssigkeit oder Hirnwasser. Wir haben über 100 verschiedene Flüssigkeiten und unser Körper muss diese Flüssigkeiten selber aufbereiten. Der muss Mineralien hinzuziehen, muss dieses Wasser zellgängig machen. Das heißt, da muss eine hexagonale Struktur gebildet werden, damit der Körper in Harmonie, damit die Zellen dementsprechend schwingen können. Warum hexagonal? Warum hexagonal? Und das ist ein Thema, was ja viele Wasserforscher gezeigt haben, ob das Emoto, Pollock, Gröblin. Es geht beim Wasser darum, dieses Wasser hat ja verschiedene Funktionen. Dieses Wasser muss die Schleppkraft haben, die Bindungskraft und die Löskraft. Beispiel, du hast einen Topf und dieser Topf ist eingebrannt. Wie kriegst du diesen Prozess wieder gelöst? Du nutzt Wasser. In der Industrie wird Wasser als Lösungsmittel genutzt. Jetzt haben wir ja ähnliche chemische Prozesse bei unserem Körper. Deswegen wird Wasser genutzt, um diese Dinge zu lösen, diese Schlacke fließbar zu machen und dann über die Lymphe wieder abzutransportieren. Und es hat sich einfach gezeigt, dass diese hexagonale Struktur, ähnlich wie es die Biene, die Bienenwaben ja auch machen, das bestmögliche geometrische Verhältnis ist. Wir haben ja H2O. Und wenn du viele dieser Moleküle aneinander reißt, musst du schauen, dass du ein optimales Verhältnis hast. Und diese Geometrie ist immer optimal, wenn es eine hexagonale Struktur hat. Das heißt, dann kann das Wasser die Bindung, die Schleppkraft und die Löskraft am besten umsetzen. Jetzt wissen wir ja alle, um gesund zu bleiben, ist es wichtig, viel zu trinken, viel Wasser zu sich zu nehmen. Aber Wasser ist nicht gleich Wasser. Ich meine, diese Erkenntnis ist nicht neu. Aber jetzt kaufen sich ja viele auch in den Supermärkten das Wasser in den Plastikflaschen. Hat das in irgendeiner Art und Weise was mit hexagonalem Wasser zu tun? In der Regel nicht, weil dieses Wasser steht ja ab. Dieses Wasser ist haltbar gemacht, teilweise radioaktiv behandelt. Dieses Wasser sollte gefiltert werden, weil hier einfach Schwebeteilchen drin sind, die ich nicht in meinem Körper drin haben möchte. Also erstmal die Reinigungsfunktion. Des Weiteren ist Wasser ein Informationsspeicher. Das heißt, dieses Fläschle nimmt permanent irgendwelche Schwingungen auf. Und wir sind in der Moderne dazu übergegangen, verschiedene Frequenzen abzubilden für die Kommunikation, zum Beispiel WLAN, 5G, welches für uns, für die Zelle ungeeignet ist, weil seit Jahrmillionen wir als Erdlinge diese Frequenz nicht kennen. Dieses Wasser nimmt aber diese Informationen auf. Und durch das Trinken von diesem Wasser nehme ich ja auch diese Frequenzen im Körper mit auf. Und hier gibt es auch für mich einen großen Forscher, Georgi Slakowski, und der hat in seinem Buch etwas erwähnt. In einem Dorf, wo es kein Leitungsnetz gab, damals für über 100, 120 Jahre, haben die nie Krebs festgestellt. Das bedeutet, das Leitungsnetz, ein Rohr, innen ist ja Wasser, nimmt aufgrund seiner Antennenfunktion diese Schwingungen auf und transportiert diese Schwingungen in den Haushalt. Und was kommt hier noch hinzu? Wir bekommen die Wasserleitung mit der Stromleitung als Zwilling ins Haus geliefert. Und die Stromleitung erzeugt ein bestimmtes Feld, welches sich auf die Wasserleitung einprägt. Und jetzt nehme ich Frequenzen mit auf, die wenig damit zu tun haben, was Frau Holle macht. Was macht Frau Holle oben mit den Wolken? Sie schüttelt ihre Kopfgissen aus und dann kommen immer Kristalle, Schneeflocken runter. Und diese Schneeflocken haben immer eine hexagonale Struktur. Und dann ist es für uns als Körper bekömmlich. Masaru Emoto hat das Ganze ja auch bildlich dargestellt, faszinierende Bilder. Was hast du mit diesen Erkenntnissen zum Thema Wasser gemacht? Ich habe erst mal verstanden, was die Russen mit Hochfrequenz und Wasser kombiniert haben. Das ist so aus meiner Sicht ein Pioniergedanke gewesen. Denn das Wasser wird aufbereitet, nicht nur gefiltert, wird auch elektromagnetisch in eine Schwingung gebracht. Mit 150-millionfacher Geschwindigkeit pro Sekunde wird quasi dieser Stab-Effekt H2O, das ist wie ein Magnet, dementsprechend in Bewegung gebracht. Weil abgestandenes Wasser ist für unseren Körper nicht gut. Wasser braucht immer diese Fließgeschwindigkeit. Und durch die Befeldung von diesem Wasser, wo es dann in eine hexagonale Struktur gebracht wird, ist es für uns nicht nur geschmacklich bekömmlich, sondern auch für die Zellen verfügbarer. Und durch diese Spulentechnologie, die letztendlich auch auf Nikola Tesla zurückgreift, das ist so eine Flachspule. Und diese Spule hat Nikola Tesla 1881 zum Patent angemeldet. Und dabei ging es darum, hier Informationen und Energie zu übertragen. Und das haben die Russen aufgegriffen, weiterentwickelt und dann dementsprechend in den Tesla-Oszillator, den wir so benannt haben, umgesetzt. Das heißt, wir haben im Körper ja sehr viel Zellflüssigkeit. Auch diese Zellflüssigkeit kann ich dementsprechend unterstützen. Gerade jetzt bei Zysten oder anderen Geschwüren ist ja oft mal eine Wassereinlagerung im Körper. Und das kann ich dementsprechend in Fluss bringen. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Wasseraufbereitung, Wasseraufbereitungsanlagen, das ist ja auch nichts Neues mehr. Es gibt da vieles am Markt. Was unterscheidet denn die einzelnen Produkte? Und was ist das Besondere am Tesla-Oszillator? Die meisten Wasserfiltersysteme holen ja grobstofflich Mineralien oder Schadstoffe aus dem Wasser raus. Was wir machen, wir gehen her und strukturieren dieses Wasser. Wir löschen einmal schädliche Informationen. Das ist wie bei einer CD. Die CD wird quasi gelöscht und wir spielen neue Informationen drauf zu dem Zeitpunkt, wo du das Wasser auch trinkst. Und durch diese Befältung kannst du dann zeitgleich auch auf Zellebene, auch grobstofflich, im Körper hier dementsprechend befelden. Also es ist ja dann die beste Prophylaxe, wenn ich hexagonales Wasser so viel wie möglich und so früh wie möglich konsumiere. Genau. Das haben die Russen auch gemacht, nachdem sie ihre Kosmonauten hochgeschickt haben. Haben sie festgestellt, oben wären sie krank, haben körperliche Störungen, weil verschiedene Frequenzen fehlen, wie die Schuhwandfrequenz und andere Dinge. Und dann hat das Kurtschatow-Institut in Russland angefangen, ein spezielles Wasser zu entwickeln. Nicht nur vom Reinheitsgrad, von der Filtertechnik, sondern von Frequenzen. Und die haben sogar auf Isotop-Basis zum Beispiel Deuterium-Oxid reduziert, damit dieses Wasser wenig Fehler in der Zelle zulässt. Und das hat letztendlich dann den Weltrekord geführt. Dr. Poljakov war 437 Tage ununterbrochen im Weltraum, kam zurück und ist zwei Tage später im Handstand zur Pressekonferenz. Das hat noch nie ein Mensch geschafft. Das heißt, man muss sich vorstellen, wir als Erdlinge sind erdgebunden, wir haben uns hier entwickelt. Jetzt fliegen wir in 400 Kilometern und dort ist eine lebensfeindliche Region. Nicht nur den Sauerstoff, das Wasser, die Nahrung musst du mitnehmen, aber auch die Frequenzen. Und das haben die Russen als erstes verstanden und umgesetzt. Wasser ist das eine Thema. Du hast den Tesla-Oszillator aber auch so weiterentwickelt, gemeinsam mit deinem Team, dass die Befeldung, die wir am Körper durchführen, auch zu eklatanten Verbesserungen führt. Wie kann man sich diese Technik vorstellen? Was passiert im Körper eines Menschen, wenn er mit dem Tesla-Oszillator arbeitet? Wir müssen uns den kleinsten gemeinsamen Nenner im Körper anschauen und das ist die Zelle. Wir bestehen aus 80 Billionen Zellen und jeder dieser Zellen hat gewisse Merkmale. Einmal die Zellmembranspannung, den Widerstand und die Polarität. Und durch diese Befeldung der Zelle sind wir in der Lage, nicht nur bei menschlichen Körpern, sondern auch bei Tieren oder auch bei Pflanzen. Das hat zum Beispiel Lakowski damals mit einem Geranien-Experiment gemacht. Er hat Pflanzen genommen, Geranien, die einen Art Pflanzenkrebs hatten. Und durch eine gewisse Spule um den Stamm der Geranie drumherum, hat er von fünf Stück eine mit einer Spule belegt und die andere nicht. Die anderen vier Stück sind eingegangen und die mit der Spule hat sich bestens entwickelt und der Krebs ist sogar abgefallen. Und jetzt geht es ja darum, das auf den menschlichen Körper zu transportieren, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Zelle. Die Zellmembranspannung, die wir heute messen können, vor über 100 Jahren gab es diese Messtechnik nicht. Bei der Zellmembranspannung ist es ja so, diese Zelle muss nach außen drücken, sonst wird sie zusammengedrückt. Das heißt, wenn sie zusammengedrückt wird, sind viele Körperfunktionen eingeschränkt. Diese Zellmembranspannung liegt bei minus 70 bis minus 90 Millivolt. Bei einer Krebszelle liegt das bei minus 15 Millivolt. Das heißt, das ist natürlich hier schon mit einer Störung behaftet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt hinzu, den die Russen entwickelt haben. Aus der Elektrotechnik kennen wir den Widerstand. Umso höher der Widerstand, umso geringer ist der Stromfluss. Und auch in der Zelle ist genau das gleiche. Wenn wir uns so eine Zelle anschauen, haben die einen Widerstand. Und eine gesunde Zelle hat einen Widerstand von 2500 Ohm. Eine kranke Zelle von 300 Ohm. Und über diese Hochfrequenz lässt sich das jetzt nutzen. Die Energie fließt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn der Widerstand hoch ist, die gesunde Zelle interessiert sich dafür nicht. Aber die Zelle, die einen verminderten Widerstand hat, 300, 400, 500 Ohm, da geht die Energie rein. Und wie geht diese Energie rein? Wir haben hier praktisch eine Art Sender. Auf der anderen Seite einen Empfänger. Und in der Zelle haben wir eine DNA. Und diese DNA, wenn wir die aufwickeln würden, hat die eine Länge von zwei Metern. Das ist eine Spule. Diese Spule hat auch Kupfer-Silberanteile. Die Frauen haben ein bisschen mehr Silber, deswegen sind sie das bessere Modell. Das heißt, diese Spule ist in der Lage, dann diese Energien aufzunehmen und wie eine Art Router an die Mikroorganismen, an die Mitochondrien, die Lebewesen in der Zelle weiterzugeben. Und dadurch entsteht eine Art Taktgeber. Wenn jede Zelle macht, was sie will, kommt es zu einer Störung. Die Zellen brauchen eine klare Matrix, einen Dirigenten. Und diese Hochfrequenz-Technologie gibt aufgrund dieser Naturfrequenzen einen klassischen Taktgeber wieder vor. Das heißt, wir haben hier die Wasserfrequenz draufgespielt als harmonische Welle, die Schumann-Frequenz und verschiedene weitere harmonische Wellen. Wir kennen das alles vielleicht vom weißen Rauschen. Wenn du ein Radio zwischen zwei Sende-Einheiten hast, dann ist es doch so, dann hörst du ein Grisseln, so ein Rauschen. Und dieses Rauschen kriegen wir vom Universum, kriegen wir von der Sonne, seit Jahrmillionen. Das heißt, unsere Zellen sind auf dieses Rauschen optimal angepasst. Das war ja jetzt so ein bisschen der technische Teil. Jetzt kann sich jeder ein Stück weit vorstellen, was im Körper passiert. Aber jetzt wollen wir natürlich auch so ein Stück weit mal sehen, wie das Gerät angewendet wird, was es macht. Und du kannst dir auch das eine oder andere Mal demonstrieren. Und vor allen Dingen interessieren uns dann auch die tatsächlichen Erlebnisberichte. Ich weiß, liebe Zuschauer, man darf keine Gesundheitsversprechen machen. Werden wir heute auch nicht machen. Aber mich interessierten einfach die Ergebnisse. Ich wollte wissen, zu was ist dieses Gerät in der Lage? Was hat Arthur Trenkel mit seinem Team tatsächlich geschaffen? Denn am Ende des Tages ist grau alle Theorie. Wir wollen wissen, was bewirkt es in der Praxis? Wie wirkt oder warum wirkt diese Technologie? Und es ist in der Handhabung sehr einfach. Sieht ein bisschen futuristisch aus. Und diese Sendefunktion, diese Antenne, hat wie bei der Tesla-Spule letztendlich eine Funktion. Hier wird Energie und Information übertragen. Und ich habe hier so eine kleine Spule mit vorbereitet. Und wenn ich hier jetzt diese Antenne in diese Nähe bringe, fängt hier etwas an zu leuchten. Diese LEDs, auch in einer hexagonalen Struktur, fangen an, diese Energien aufzufangen und dann zum Leuchten zu bringen. Und das Ganze geht auch über unseren Körper. Das heißt, wenn ich jetzt hier, mal schauen, muss ich jetzt hier dementsprechend, wenn ich jetzt hier, kann man es hoffentlich sehen, auf meinen Körper, ich habe natürlich jetzt noch einen Sack und Hemd an, wenn ich hier draufgehe, und normalerweise sind es ja nur zwei, drei Zentimeter zum Aktivieren, geht es über meinen kompletten Körper. Wir haben es sogar mit Akupunkturnadeln gezeigt, wo du über einen halben Meter diese Energie über den Körper zum Fließen bekommst. Und nicht nur über den Körper, sondern auch über Wasser. Das heißt, diese Hochfrequenztechnologie, weil wir hier eine Wasserresonanz haben, überträgt über Wasser und natürlich über unseren Körper diese Information, diese Energie. Und was hat es zur Folge? Zur Folge hat es, dass die Zelle anfängt, wieder dementsprechend zu arbeiten. Die Zellmembranspannung verbessert sich, der Widerstand verbessert sich. Und die Schlacke in der Zelle, die Säuren werden abtransportiert. Säure ist ein schlechter Leiter, gerade aus der Batterietechnik kennen wir das. Und dadurch kann die Zelle wieder besser funktionieren. Das ist eine Art Verjüngungskonzept. Und als ich angefangen habe, diese Technologie zu verstehen, zu begreifen, habe ich recherchiert. Was gab es denn vor über 100 Jahren allein in Deutschland oder in Europa? Und ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, was unsere Vorahnen schon alles gebaut haben. Wie zum Beispiel Professor Ewald Paul, der hat ein Buch geschrieben, Verjüngung mit Hochfrequenz. Und man muss sich vorstellen, seine Bücher wurden verboten. Die Frage ist, warum wurden diese Bücher verboten? Und dann Ewald Lakowski zum Beispiel oder Nikola Tesla. Nikola Tesla hat ein Buch geschrieben, Neue Wege in der Medizin. Die Entdeckung der vitalen Schwingungen. Und das Ziel ist, diese vitalen natürlichen Frequenzen auf den menschlichen Körper zu übertragen, damit die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, wieder aktiv werden. Und hier haben wir eine Sonderfunktion in unserem Körper. Immer wenn wir eine Störung haben von Parasiten, von Erregern, von Sonstigem, gibt es ein sogenanntes Allheilmittel. Hippokrates hat das mal sehr schön gesagt. Gebe mir die Macht, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Und dieses Immunsystem, im Immunsystem inliegende, diese Abwehrreaktion, können wir durch eine lokale Hyperthermie, durch den verminderten Widerstand auch erzeugen. Jeder spürt es durch die Befällung am Ohr, links, rechts, motorisches Zentrum. Merkt man, das ist wie so ein Sonnenschein, der hier über die Punkte, die Akupunkturpunkte, weil auch das Ohr ist ausgebildet, um elektromagnetische Felder aufzunehmen. Ist aber verkümmert, wir brauchen das nicht mehr, wie bei der Taube zum Beispiel, oder bei den Walen oder Delfinen. Die brauchen das zur Orientierung. Bei uns haben die Augen eine viel größere Funktion bekommen. Und durch diese Befällung, auch auf der körperlichen Ebene, werden Wasserkreisläufe verbessert. Das heißt, sauberes, frequenzdynamisches Wasser geht in die Zelle rein und verbrauchtes, schlackes Wasser geht aus dem Körper heraus. Und wir haben dann vor über zehn Jahren angefangen, zu experimentieren, im Selbstversuch und haben Menschen aufgezeigt, wie sie verschiedene Schwellarten, es gibt ein Wort, welches mit K anfängt, wo natürlich die Schulmedizin gar nicht weiß, woher entsteht dieses ganze Thema. Dass das meistens hier oben mit zusammenhängt, durch Ängste, wird überhaupt nicht betrachtet. Aber auf der körperlichen Ebene können wir hier mit Hilfe der Energie, wo wir hier übertragen, eine Art Starthilfe. Und ich habe hier auch eine Neonröhre mitgebracht. Diese Neonröhre, wir stellen uns vor, das wäre so eine Zelle. Und ich helfe dieser Zelle, weil die nicht mehr genügend Power, nicht mehr genügend Kraft hat. Und ich mache eins, ich gebe eine Art Starthilfe für die Zelle. Und was passiert? Jetzt kann die wieder anfangen zu leuchten. Wir sind ein Leuchtkörper. Wir strahlen aufgrund der Jakobsleiter in verschiedenen Frequenzbereichen. Ob das Infrarot oder sonstiges. Wir strahlen. Aber umso schlechter es der Zelle geht, umso schlechter strahlt sie. Und jetzt geben wir ihr eine Art Unterstützung. Und sie kann besser kommunizieren. Weil die gesamte Kommunikation in der Zelle geht ja über Biophotonen. Ja, das hat ja Fritz Albert Popp dementsprechend erkannt. Und das wird dementsprechend unterstützt. Und wo geht denn bei einer Zelle die meiste Energie drauf? Ob du Kommunikation, Stoffwechsel etc. Die meiste Energie bei einer Zelle geht für die Temperatur drauf. 80 Billionen Zellen müssen gleichzeitig ihre Temperatur auf 36,8 Grad Celsius halten. Nicht viel weniger und nicht viel mehr. Und immer wenn du von außen einen Erreger in den Körper reinbekommst und der Körper gesund ist, geht der dagegen vor, indem er die Temperatur auf 38, 39, 40 Grad erhitzt. Damit diese Lebensgrundlage für diese Erreger, die wir zum Beispiel nasal oder durch das Einatmen reinbekommen. Und dadurch kann diese Fieberheilkraft dem Körper wieder in Ordnung bringen. Das kann Stunden oder Tage dauern und dann bist du wieder wie neu. Also das ist faszinierend, als ich dich das erste Mal kennenlernte, hing ich ja schon an deinen Lippen und dachte mir, der Mann hat wirklich nicht nur viel Wissen, sondern auch eine enorme Leidenschaft dafür. Und ich muss natürlich auch all die kritischen Fragen zulassen, die man jetzt an dieser Stelle möglicherweise stellen muss. Zum Beispiel gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die nicht positiv sind. Du sprachst von Strahlung, du sprachst von Frequenzen. Diese Begriffe sind ja nicht immer positiv besetzt. Ja, das stimmt. Das sind natureigene Frequenzen. Wir haben keine metallische Resonanz. Es gibt Wettbewerber, die haben metallische Resonanzen. Da wird quasi über eine Büroklammer, könntest du zeigen, wird das Ganze relativ schnell erhitzt auf 300 Grad. Ist hier nicht, weil wir eine reine Wasserresonanz haben. Die Russen haben in einer jahrzehntelangen Forschung eine Wasserresonanz abgebildet und wir sind ein Wasserkörper. Was unterscheidet mich von einer Pfütze? Die Struktur. Ich bestehe zu 70 Prozent aus Wasser. Und wenn ich in der Lage bin, diese Wassermoleküle dementsprechend zu strukturieren, schaffe ich das Ganze auch im Körper. Und was passiert dadurch? Der Körper fängt an zu entgiften. Und die Frage ist, möchte ich, dass mein Körper entgiftet? Und für mich ist die Frage selbstverständlich ja. Auf der einen Seite haben wir jetzt die Prophylaxe. Ich kann es für mich anwenden, um fit zu bleiben, die Energie sogar noch höher zu fahren. Ich habe dazu auch eine eigene Geschichte, die ich auch mal gleich loswerden muss, weil es wirklich faszinierend ist. Auf der anderen Seite kann ich auch mögliche Befindlichkeiten, Krankheiten damit behandeln. Jetzt kommen wir in einen Bereich, wo dann ja gleich die Kritiker kommen und sagen, ist alles nur Humbug. Aber ich wollte es mal bewusst zulassen. Lass uns darüber sprechen. Wann kann das eingesetzt werden? Und was hat es laut deinen Erfahrungsberichten? Und ihr haltet ja auch alles schriftlich fest. Was hat es schon alles bewirkt? Unsere Kunden sind ja Überzeugungstäter. Und eine gesunde Skepsis ist auch wichtig, offen zu hinterfragen, warum wirkt etwas oder warum nicht. Und wenn du selber spürst, dass du gewisse körperliche Blockaden, wir sind beide auch schon ein gewisses Alter, wir sind keine 20 mehr, und wir wissen, wie es sich angefühlt hat, als wir noch 20 Jahre alt waren, und du merkst mit 30, 35, 40 Jahren, dass da gewisse körperliche Beeinträchtigungen stattfinden. Und jetzt fängst du an mit dieser Energieübertragung bei deinem Körper, bei deiner Zelle, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das heißt, du bist leistungsfähiger, kannst dich besser konzentrieren und auch körperliche Störungen verändern sich. Ob das vom Hautbild ist? Lakowski hatte zum Beispiel damals verschiedene dramatische Erfolgsfälle. festgehalten, ich erinnere mich an einen Fall, da ging es um eine Frau, die war 84 Jahre alt, und die hatte einen schwarzen Hautkrebs und einen Tumor in der Wange. Und nach sechs Wochen Befältung hat sich die Haut regeneriert. Das ist das Wichtige. Alles, was sich regeneriert, kann mit der Hochfrequenz unterstützt werden. Alles, was viel Wasser hat, und die meisten, unsere Organe, haben über 80 Prozent Wasseranteil. Und dieses Zellwasser kann ich dementsprechend strukturieren, unterstützen mit Energiefluten, eine Art Starthilfe, so wie wir es mit der Lampe auch gezeigt haben. Und dadurch verändern sich gewisse Körperregelkreise. Wir haben verschiedene Schwingkreise in unserem Körper. Und jetzt ist es ja so, der eine hat mit der Blase Probleme, der andere mit der Leber, Bauspeicheldrüse. In all diesen Organen ist Flüssigkeit drin. Und wenn ich diese Flüssigkeit aktiviere, verbessere, kann sich dieses Organ mit Hilfe von Mineralien besser und schneller regenerieren. Und Verjüngung ist Regeneration. Als ich Arthur Trenkle kennengelernt habe, war ich natürlich auch ein Stück weit skeptisch, wie wir Journalisten ja von Haus aus sind. Aber ich bin immer offen und neugierig. Und ich habe mir dann ein Gerät gekauft und habe gedacht, ich muss das einfach mal ausprobieren. Und notfalls stelle ich den Mann so was von in den Senkel, wenn es nicht funktioniert. Aber wir hatten dann in der Familie ja zwei Fälle. Zum einen ist mein Sohn erkrankt, kam eine Vergiftung dazu und eine Fleckmane oder wie das heißt. Und dann haben wir ihn mit dem Gerät befeldet. Und es gab zwei ganz außergewöhnliche Dinge, die passiert sind. Zum einen kam der gesamte Eiter raus. Zuvor ganz hart, als wir befeldet haben, hat sich dieser Eiter aufgelöst, kam heraus aus dieser Wunde. Durch die Löskraft des Wassers. Durch die Löskraft des Wassers. Das weiß ich ja heute auch. Zum anderen haben wir dann die Wunde weiter befeldet. Am nächsten Tag war sie geschlossen. Und am übernächsten Tag war sie weg. Mein Sohn war ja total verzweifelt, weil jedes Mal, wenn er in den Spiegel guckte, dann dachte er sich, ich kann nie mehr unterläutern. Und es war wenige Tage später nichts mehr zu sehen. Ich selbst bin ja ein sehr fitter Mann. Ich verfüge über grenzenlose Energie. Laut Human Design bin ich auch so etwas wie ein Generator. Also so eine Art Dauerläufer. Aber ich hatte durch eine Verletzung Probleme in der Leiste. Ich habe es ignoriert, bin drüber gelaufen, über den Schmerz, treibe regelmäßig Sport. Und dann habe ich gedacht, okay, schauen wir mal, was dieses Gerät macht. Habe es mir in die Leiste gelegt. Und es wurde unglaublich heiß. Es wurde manchmal so heiß, dass ich gar nicht direkt auf die Haut gehen konnte. Das ist ja das, was du gesagt hast. Wir lösen ein kleines Fieber aus, quasi an der Stelle. Fieber heißt ja immer auch heilen, abklimmen. Und das habe ich eine Weile gemacht. Und dann habe ich auch angefangen, gemäß eines Buches, das du geschrieben hast, mir andere Körperteile zu befelden, um zu sehen, wie ist das tatsächlich mit der Energie. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich einen Sprint, einen sehr schnellen Lauf und habe die beste Zeit erzielt in den letzten 20 Jahren. Es war unfassbar, zu was ich in der Lage war. Normalerweise laufe ich so mit Hund sechs Minuten pro Kilometer, wenn ich etwas schneller laufe, 5,45, wenn ich ein Tempolauf mache, 5,30, aber das ist dann schon die Grenze gewesen. Und mit 5,07 habe ich mit 62 Jahren eine phänomenale Zeit für mich hingelegt. Und ich hatte eine unbändige Energie. Das Ergebnis dieser Technologie. Muskeln haben viel Wasser. Und durch die Aktivierung dieser Muskelgruppen wird ja jeder Muskel mit Sauerstoff, also Blut, Mineralien, Sauerstoff geflutet. Und dadurch steht dir einfach mehr für den Ausdauersport an Energie zur Verfügung. Und das geht auch um Organe, die gestört sind. Wenn du diese Organe dementsprechend befeldest, was passiert? Oberflächlich siehst du teilweise sogar eine leichte Rötung, wie bei einer Massage. Das bedeutet, da kommt mehr Blut hin. Und durch mehr Blut hast du automatisch mehr Sauerstoff. Otto von Warburg hat ja gesagt, wenn du Sauerstoff in den Körper drin hast, kann kaum Krebs entstehen. Genauso auch basische Bereiche. Und hier schaffst du mit Mineralien und mit Sauerstoff eine Verbesserung für den ganzen Organhaushalt. Das heißt aber, im Grunde genommen ist das ein Gerät für jeden Leistungssportler. Selbstverständlich. Also wir haben ja auch schon Leistungssportler, die angefangen haben, zum Beispiel, ob es beim Volleyball ist. Die Volleyballer knicken ja relativ schnell. Die haben Bandagen an den Fingern. Und das tut ja weh. Und da können die wirklich nicht spielen. Nach dem Training, vor dem Training, kannst du dementsprechend hier diese Finger befelden. Oder Handballer an der Schulter, Basketballer, Fußballer im Knöchelbereich. Das heißt, diese ganzen Muskelfaserrisse müssten gar nicht sein. Das passiert nur, weil der Muskel nicht bereit ist, weil der noch kalt ist. Und durch den Sprint reißt dann etwas. Und durch die Befeldung, fünf Minuten vor dem Leistungssport, wird alles hervorragend mit Energie geflutet. Was sind denn so deine beeindruckendsten Ergebnisse, die du bei deinen Kunden, man kann dir fast schon sagen Patienten, erzielt hast? Also wir haben dramatische Fälle. Ich halte ja Vorträge auch in Alternativkliniken. Wir haben schon Menschen palliativ herausgeholt. Mit dieser Technologie, weil nicht nur die Nährstofflösung befeldet worden ist, sondern zeitgleich auch der Körper unterstützt worden ist. Und es gibt ein halbes Dutzend an Menschen, an Erfahrungsberichten, ich stelle mir auch den Menschen gerne zur Verfügung, die es geschafft haben, aus der Endstation wieder zurückzukommen und immer noch einen guten Lebensalltag haben. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Ist es das, was dich jetzt antreibt, für die nächsten Jahre, diese Technologie in die ganze Welt zu bringen? Nicht nur die Technologie, sondern auch das Wissen, das Verständnis von natürlichen Frequenzen, wie das mit Hochfrequenz auf unterschiedlichen Bereichen transportiert werden kann. Das heißt, ob man für die Zukunft sogar ein Käppi hat, wo die Kinder in der Schule die Zirbeldrüse aktivieren können, damit sie sich klar konzentrieren in Mathematik oder beim Vokabeln lernen, was ja ohne Probleme geht, was zum Beispiel Nikola Tesla vor über 100 Jahren schon gefordert hat. Er wollte, dass in jedem Klassenzimmer eine Hochfrequenzspule drin ist. Und es gab ja Studien, dass die Kinder in diesem Klassenzimmer sich besser entwickelt haben. Nur leider wird es vom Bildungsministerium nicht aufgegriffen. Genauso andere Dinge, die dann auch auf das Körperfett einwirken. Das organische Fett ist ja das, was langfristig uns krank macht. Und wir haben hier mit dem Professor, der zellbiologisch das Ganze analysiert. Es gibt drei verschiedene Fettarten und wir können auf zwei Fettarten sehr, sehr positiv einwirken. Das heißt, hier werden wir eine Art Bauchring für die Zukunft bringen. Nicht nur für den Bauch, sondern für die Leber, für die Nieren. Und, und, und. Dinge, wo wir zu Hause im Haushalt, gerade diese Zwillingssituation, Wasserleitung, Stromleitung, wieder in Ordnung bringen. Oder das Leitungsnetz. Das Leitungsnetz mit 50 Hertz ist ja wie eine Antenne. Da, wo ich schlafe, da, wo ich lebe. Ich bin ja mehrere Stunden jeden Tag zu Hause und werde mit diesen Frequenzen bombardiert. Und auch hierfür haben wir eine Lösung über Tesla Balance, um das auszugleichen, dass ich überall zu Hause diese 150 Megaharts, diese Schumann-Frequenz, meinen Zellen zur Verfügung stellen kann. Wer sind denn so deine größten Gegner? Wer sind deine größten Kritiker? Wer kann dich aufhalten, diese Technologie um die Welt zu bringen und das Wissen weiterzugeben? Naja, es geht ja nicht um mich. Es geht ja um dieses Wissen und dieses Wissen wird weitergetragen. Menschen, wir haben ja Alternativmediziner, Therapeuten, Autodidakten, die diese Technologie verstanden haben, über 20.000 diese Geräte produziert, weltweit verkauft und die auch dieses Verständnis jetzt mitbringen, wie zum Beispiel die Organuhr bestmöglich eingesetzt werden kann. 5000 Jahre altes chinesisches Wissen und heute wissen wir mit Hilfe der Hochfrequenzenergie, dass wir die Organe während der Regenerationszeit unterstützen müssen über die Meridiane. Das heißt, die Lunge nachts oder die Leber. Meisten Menschen, die da eine Störung haben, haben die sogenannte Pinkelphase, weil dieses Organ sich anfängt zu regenerieren. Vielleicht sogar eine hängende Heilung. Und wenn die Menschen sowieso wach sind, dann befälten sie dieses Organ fünf oder zehn Minuten und wenn sie es regelmäßig machen, kriegen sie ihre Störung in der Lunge, wo gewisse Dinge drin sind oder auch chronisches Asthma. Wir haben so viele Fälle von Menschen, die jahrzehntelanges chronisches Asthma hatten, nach zwei bis drei Monaten fast weg. Warum? Weil die Lungenbläschen sich regeneriert haben. Und wenn ich die Lungenbläschen unterstützen kann in der Regeneration, kann ich das ja auf allen anderen Ebenen auch tun. Wir unterstützen im Grunde genommen die Selbstheilungskräfte, die unser Körper ja von jeher hat. Das ist sicherlich auch, was du häufiger hörst von Kritikern, die sagen, alles Humbug, unser Körper ist in der Lage, das alles selbst zu heilen. Nur Fakt ist, dass die Umwelteinflüsse mittlerweile so dramatisch angestiegen sind, dass unser Körper eben nicht immer in der Lage ist, das selbst zu regeln, insbesondere wenn dann über Jahre hinweg die Ernährung auch nicht allzu gut war, dann befeuern wir ja auch ein Stück weit, dass krank werden. Aber hier kannst du über Jahre hinweg prophylaktisch vorarbeiten und kannst, und das ist, glaube ich, auch interessant für die weiblichen Zuschauer, die ja nicht gerne älter werden beziehungsweise älter aussehen wollen, kannst du auch etwas für das Jungbleiben tun. Du gewinnst 10 bis 20 Jahre fit und gesund, ja, 120 wie 20. Das ist ja das Ziel, diesen Verjüngungsprozess, ja, diese Vitalkraft in uns zu wecken, in uns aufrecht zu erhalten und da muss ich einfach die gesamten, die Gesetzmäßigkeiten verstehen und kombinieren. Wenn man dir so zuhört und das Leuchten in deinen Augen sieht, dann interpretiert man, das ist jetzt so sein Ding, das ist seine Berufung, oder das treibt dich die nächsten Jahre an, ne? Absolut. Wenn du heute mit deiner Lebensweisheit, mit den Erfahrungen, die du gemacht hast, eine Frage beantworten musst, die da lautet, was bedeutet Glück für dich heute? Glücklich sein ist ein innerer Zustand für mich. Ich bin immer glücklich und ich trage dieses Glück nach außen. Gibt es einen Zustand des Dauerglücks? Ja gut, das ist im Prinzip wie eine Art Schwankung, rauf und runter, aber wenn ich mir dessen bewusst bin, ja, und wieder auf mich selber konzentriere, ja, strahle ich dieses Glück nach außen, mit Hilfe jeder Zelle. Umso wichtiger ist es, dass die Zellen auch gesund sind. Wenn du den Menschen nur eine einzige Sache empfehlen dürftest, entweder eine Fähigkeit oder eine Fertigkeit, was wäre das deiner Meinung nach? Die Intuition zu steigern oder zu verbessern. Die Intuition zu steigern, das heißt, auf die innere Stimme hören? Sich führen zu lassen, ja, weil das eröffnet dir ganz andere Möglichkeiten. Mathematik ist wichtig, zum Beispiel musisches Verständnis, aber wenn du deiner eigenen Intuition folgst, ja, kannst du Dinge in deinem Leben erleben, die in deinem Schöpfungsplan vorgesehen sind. Um diese Intuition wieder zu gewinnen und ihr zu vertrauen, dürfen sich die Menschen ihrer Eigenverantwortung bewusst werden und gerade auch in puncto Aufklärung sich selbst informieren, ein Stück weit beitragen. Wir haben ja in den Jahren der Corona-Plandemie, sagen wir ja ganz bewusst bei Auf1 gemerkt, wie viele Menschen diese Intuition abhandengekommen ist. Deine Empfehlung, wie befeuerst du Intuition? Ganz einfach, ich kann meinen Körper unterstützen, über die Zirbeldrüse, über das motorische Zentrum zum Beispiel hier hinten, wo ich einfach klarer bin und das hat auch Professor Giuseppe Caligaris, der über verschiedene Werkzeuge angefangen hat, den Körper so zu unterstützen, damit wir hellfühlig, hellsichtig, auch Telepathie, wir denken an eine Person und schon ruft sie an, ja, wer hat die Ursache gesetzt, die andere Person oder ich. Diese Dinge werden dann im Alltag normal sein und diese Fähigkeiten, diese Fertigkeiten müssen wir entwickeln, die haben wir in den ersten Lebensjahren noch nicht so weit vorangebracht, aber umso älter, wir werden, wir das zulassen, umso mehr reift diese Möglichkeit, die in uns wohnt. Eines hat diese Sendung schon gezeigt, du bist ein wahrer Spielmacher, wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, du hast dir etwas auf den Weg gebracht, das jedem helfen kann, ein gesünderes und folgedessen ein fitteres, ein leistungsstärkeres Leben zu führen und wer mehr Leistung bringt, hat am Ende auch mehr Erfolg. Auf der Zielgeraden dieser Sendung möchte ich den Arthur Tränkle mal nach den aktuellen Lebensumständen auf dieser Welt befragen. Du bist ja ein kritischer Geist, hast das Ganze auch in den letzten dreieinhalb Jahren sehr stark hinterfragt, wie beurteilst du allgemein die weltpolitische Lage oder beschränken wir uns mal auf den deutschsprachigen Raum und hast du einen Optimismus in dir, dass am Ende wieder alles gut wird, denn die Menschen sind ja momentan sehr angst- und sorgenvoll? Ja, wir sind im Finale, im Endspiel sozusagen und das Ganze hängt logischerweise auch mit dem Geldsystem zusammen. Alle diese Krisen, die jetzt auftauchen, haben aus meiner Sicht den Ursprung im Geldsystem und wenn wir dieses Geldsystem in die Heilung bringen, wird die Bildung, die Gesundheit, alles sich dementsprechend in Harmonie fügen. Wie kriegen wir dieses Geldsystem wieder hin? Für mich gibt es nur eine Lösung und die heißt Bitcoin. Oh, interessant. Du setzt auf die Kryptowährung und du meinst mit dem Geldsystem, wären alle anderen Probleme auch obsolet? Weil das Geldsystem, ob es die Rüstung ist oder die Industrie, immer mit dieser geltlichen Energie gesteuert wird und wenn du sauberes, demokratisches, nicht manipulierbares Geld hast, bist du und das haben wir seit Jahrtausenden hingekriegt, ob wir mit Muscheln oder mit Gold, wir wissen nicht, wie viel Gold ist überhaupt in der Erde drin, ist es inflationär oder nicht? Aber bei Bitcoin, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin und es ist das härteste von Menschen jemals gemachte, digitale, teilbare System, um unsere Lebenskraft in die Zukunft zu transportieren, weil mit dem Fiat-Geld, mit dem Euro, schaffe ich es nicht. Wenn ich jetzt Geld spare, weil ich mehr arbeite und möchte in zehn Jahren mir dementsprechend einen schönen Lebenswandel angedeihen, kann sein, dass die Hälfte schon wieder weg ist. Aufgefressen aufgrund der Inflation, aufgrund von Inflare aufblähen und das wird immer von den Manipulationen der Oberen gemacht. Und wer bitte soll diesen Wandel im Geldsystem auf den Weg bringen? Das erwartest du aktuell von der deutschen Regierung zum Beispiel? Jeder für sich selber. Wenn ich selber meine Gesundheit im Griff habe, wenn ich selber das Energiesystem für mich im Griff habe und auch die Finanzen, ich brauche eine finanzielle Intelligenz, ich muss unterscheiden zwischen Verbindlichkeiten und Werten und das ist bei den Menschen nicht gegeben. Im Grund genommen bedeutet das, die Menschen könnten aus dem aktuellen Geldsystem nahezu aussteigen und in ein eigenes unabhängiges Bitcoin, System einsteigen. Welches nicht manipuliert werden kann, weil beim normalen Geldsystem greift dir jemand jeden Tag in deine Tasche rein und holt immer was raus und das ist bei Bitcoin unmöglich. Du hast immer deine eigene Zentralbank, wenn du ein Ledger hast, wenn du eine Bitbox hast, hast du deine eigene Zentralbank und niemand kann da dir was wegnehmen. Revolutionäre Gedanken des Arthur Trenkle, der aber auch mit seinem Tesla Oszillator etwas Großartiges auf den Weg gebracht, du hast das letzte Wort hier, wie immer meine Gäste in der Sendung bei Spielmacher auf 1. Welche Botschaft hast du noch für unsere Zuschauer? Ich kann nur etwas aufgreifen von Erich Kessner Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Danke für Ihr Interesse Das bis bis S bis 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 bis